Ich heiße Jürgen Bruckner, ich bin 15 Jahre alt, ich spiele auf der 6 und als Innenverteidiger. Mein bisheriger Verein war der TV Nellingen. Mein Vorbild ist Kimmich, bei FIFA spiele ich mit Bayern. Mein persönliches Ziel ist, immer besser zu werden. Das Ziel der Mannschaft ist es, die Klasse zu halten.